Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Es gibt ein Königreich ganz weit im Sternenhimmel. Was dort passiert, erzähle ich euch. Der König hat sich etwas übernommen. Er hat zu viel von seinen goldenen Talen ausgegeben. Der Schatzkammer ist fast leer. Ja, er hat die Königin auch beschenkt. Aber er muss jetzt mit seinem Schatzmeister treffen. Er braucht ein guter Rat, sonst hat er ein Problem. Bald ist die Schatzkammer ganz leer. Der Schatzmeister überlegte und überlegte und sagte zu ihm, Oh, mein König, du musst etwas sparsamer sein. Bewahre deine Schätze. Ja, das möchte der König auch. Er neigt sogar dazu, alles festzuhalten. Es kam aber ein Botschafter in Königreich und dieser Botschafter verkündete, der Prinz kommt von Weitem, von einem fremden Land. Sie bekommen einen Besuch. Was soll ich jetzt tun, dachte der König und schwankt hin und her. Soll er diesen Gast königlich empfangen? Das kostet alles Geld. Oder lieber sparsam sein? Soll er wieder die Älteren befragen? Oh nein, lieber nicht. Er befragt die Königin. Und die Königin meint, wir sollen unseren Gast großzügig empfangen. Und die Königin möchte alles schön gestalten. Wer ist dieser geheimnisvolle Gast? Ein Prinz von fremdem Land nähert sich und bald begegnet er mit der Prinzessin. Eine schöne Liebesgeschichte beginnt und mit solchen Überraschungen könnt ihr auch rechnen. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.